Wir machen es wie bei Ekri, komm, wir gehen von oben nach unten. Und die Frage ist, machen wir jetzt einen Zehner? Ich mache erst mal die neun Einzelnen. Das passiert ja auf jeden Fall. Geht schon mal mit Blau los, okay. Danke für die ganzen Let's Go's, Freunde. So muss das sein. Nero. Irgendjemand hat gesagt, ich kriege mehr Neros als Boruts. Ich glaube, Winstroll war es. Mal gucken. Bis jetzt steht es 1-0 für Neros. Aber schön viel Blau, wenigstens kein Grün und Weiß da drin. 2-0 für Nero. Komm schon. Wenigstens ein Epic. Der Raiden war angesagt. Der Raiden war angesagt eigentlich. Ohne Idril. Ein Epic. Wir haben ein Epic. Idril, die ist aber schon A5 bei mir. Aber ich sehe sie natürlich trotzdem immer wieder gerne. Willkommen. Willkommen, mein Baby. Da ist der Boru 2-1. Das ist so fies, so ein Video abzuspielen und dann ist es ein Epic. Oh, ich war kurz gehypt. Wegen dem Video. Das ist ganz schön gemein. Was sagt ihr? Oh, Mann. Okay. I guess wir versuchen einen Zehner, oder? Einen Zehner. Das nimmt nochmal Spannung raus hier. Okay. Okay. Okay, auf in den Zehner. Vargus. Okay. Ach, das ist der Neue. Der könnte ganz gut sein für einen Geary 3, für diese rechte Seite, weil der ja unsichtbar ist. Bis er seine Ulti einsetzt. Ist auf jeden Fall ein Neuer. Ja, ist auf jeden Fall ein Neuer. Cheater. Den kenne ich gar nicht. Ja, der ist erst neu jetzt dazugekommen. Oh. Cerberus. Wir haben einen Legi. Wir haben einen Legi. Und es ist sogar ein Legi, der mich in Geary 1 unterstützen könnte. Kann er uns durch Geary 1 Stufe 20 boxen. Der ist neu, Freunde. Der ist neu. Ist zwar schade, dass es jetzt einer aus dem Roten einer ist, der auch aus dem Blauen kommen kann. Aber das ist jetzt heulen auf hohem Niveau. Ja. Wir haben einen Legi bekommen. Sehr gut. Zweites neues Spielzeug für dieses Wochenende. Okay. Also ich würde sagen, der 10er-Pulver war eindeutig besser als die einzelnen. Wir machen noch einen 10er, oder? Das war eindeutig besser. Wir machen noch einen 10er. Jetzt bin ich entspannt. Jetzt haben wir ja schon was bekommen. Jetzt ist es nicht mehr ganz so. Ah, okay. Den haben wir auch noch nicht. Der ist auch neu. Ist aber auch kein Raiden. Wir wollen eigentlich Raiden haben, ja. Ist das der Lord? Das ist sogar der Lord. Genau, das ist der Lord. Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben gleich eine A1 von ihm. Okay. Okay. Aber es war doch eigentlich sehr erfolgreich, oder? Also mal abgesehen davon, dass ich nicht meinen Raiden bekommen habe, den ich eigentlich haben wollte. war das schon mal sehr gut, ja. Für den Anfang. Muss ich sagen. Das war sehr gut. Und hier geht es noch weiter. Wir haben ja immer noch zwei 10er. Ja, jetzt gibt es ja blau. Aber es ist okay. Wir haben ja jetzt schon eigentlich ganz gut abgesandt mit dem ganzen Zeug, was wir jetzt bekommen haben. Da gibt es eine Menge blau. Ein Light Lock. Leider kein Raiden. Leider kein Raiden. Aber wir haben noch einen goldenen, Freunde. Letzter Pull. Estrid. Die ist auch neu. Ganz viele neue Spielzeuge hier für mich. Und den Contest kann ich natürlich schon mal auflösen. Gewonnen hat natürlich die Option 1. Ja, wir bekommen ein Legi. GZ an alle, die mitgemacht haben. Viele neue. Das stimmt. Viele neue. Wir machen mal weiter. Und sagen mal okay. Und ich glaube, wir haben nämlich noch was zum Summen jetzt hier. Wir haben, glaube ich, noch was zu Summen nennen. Ich glaube, wir haben noch was. Hier nicht. Aber hier, oder? Ja, genau. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch einen roten jetzt. Den machen wir noch raus. Den hauen wir noch raus. Den einen roten. Den können wir uns noch gönnen. Let's go. Ein roter noch hinterher. Da gibt es noch einen Bohrhut. Eine kurzer. Ja, Freunde. Das sieht doch eigentlich... Das ist doch Nachbar. Das ist doch schon biatur. Untertitelung des ZDF, 2020